Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde hier auf dem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute zeige ich euch, wie ihr so im Prinzip eure MIDI-Files, die ihr selber erstellt habt oder euch gekauft habt, in Bitwig importieren könnt. Und ich würde sagen, los geht's. Wir haben also hier für dieses Beispiel mal das Unison MIDI Chord Pack mit den ganzen unterschiedlichen MIDI, Dur und Moll Akkorden, die man hier hat. Liegen hier alle schön und die per Drag & Drop halt immer händisch hier ins Projekt zu ziehen. Das kann ich natürlich machen, wenn der Browser jetzt nicht im Weg ist. Aber praktisch ist es halt nicht, weil du musst immer raus aus der Software, das ist nervig. Das geht auch besser. Ich zeige euch mal FixV und zwar machen wir erstmal einen neuen Instrumenten-Track. So, wir sind jetzt in Bitwig. Gehen hier oben drauf und gucken in unseren Settings, in der Location. Da haben wir nichts, was irgendwie aussieht wie MIDI und wo wir irgendwie sowas hinzufügen können. Dennoch geht es. Und zwar wie folgt. Wir haben hier oben unsere Devices, dann die Presets, Samples, Multi-Samples, Musik und Clips. Und die Clips, das ist genau unser Ort, wo wir das reinladen können. Hier sehen wir das nämlich auch schon anhand dieses Symbols. Da liegen ja schon MIDI-Files. Sehr, sehr schön. Also sagen wir minimieren hier, dass die Packages, dass sie einfach zusammengeklappt sind. Machen einen Rechtsklick rein, sagen Add Sound Content Location. Und das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, denn man denkt vielleicht nicht in erster Linie bei MIDI an Sound, sondern an Daten. Und genau, trotzdem klicken wir da drauf, wählen entsprechend unser Verzeichnis. Hier bei mir ist es Musik und MIDI-Chords. Sagen, fügen wir hinzu und zack, sehen wir auch schon hier hinten 99+. Yunus und MIDI-Chord-Pack soll irgendwie 1200 Files haben. Kann ich mir auch vorstellen. Haben wir also hier drinne und dann sehen wir auch schon, wir haben C-Dur, A-Moll und so weiter. Die ganzen entsprechenden Akkordfolgen haben wir hier und da können wir uns hier durcharbeiten und können uns dann hier entsprechend easy peasy einfach was reinziehen. Und so können wir das mit allen machen, die jetzt hier drinne gelandet sind. Nicht irritieren lassen solltet ihr euch von folgendem. Ich klappe das mal zusammen. Das Verzeichnis MIDI-Chords hier, das taucht auch in der Sektion Multi-Samples auf. Hier unten. Und auch bei den Samples. Das ist etwas, das Bitwig halt anders handhabt. Da gibt es keinen exklusiven MIDI-File-Import-Sektion sozusagen. Das haben wir hier auch in den Einstellungen nicht. Aber wir sehen hier oben bei Sound-Content-Location, dass dort unser MIDI-Chords-Ordner auftaucht. Und deswegen, weil das quasi ein globales Verzeichnis ist, was mit MIDI und Sound umgehen kann, taucht es dann auch entsprechend hier in den anderen Bereichen mit auf. Weil, ja, Bitwig da halt nicht so krass unterscheidet, sondern einfach das alles gut gemeinsam verwalten kann. Wichtiger Hinweis an der Stelle noch, wenn ihr diesen Ordner hier löscht, ja, aus den Samples, dann fliegen natürlich eure Clips hier hinten, also eure MIDI-Files auch wieder als Verzeichnis raus. Und vor allen Dingen, wenn ihr die hier direkt löscht, also wenn man nur das Verzeichnis rauswirft, fliegt nur das Verzeichnis raus. Wenn man aber reingeht und sagt zum Beispiel unter Samples, bitte lösche die ganzen Sachen, dann fliegen die tatsächlich auch bei euch von der Platte. Also wenn ihr reingeht und jetzt sagt, okay, hier das Unison MIDI-Cord-Pack da auf Delete, dann ist das auch von eurer Platte verschwunden. Das habe ich nämlich vorhin mal selber gemacht. Anders ist halt, wenn man einfach nur das Verzeichnis quasi löscht, dann sind die Files immer noch auf eurer Platte, aber das Verzeichnis halt nicht mehr in Bitwig eingebunden. Genau, das soll es für das heutige Video auch gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann drückt den Daumen nach oben, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und dann werdet ihr nämlich benachrichtigt, sobald ich hier ein neues Video raushaue für euch. Bis dahin, macht's gut, wir sehen uns im nächsten Video.